hey Leute im YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge jetzt bei Minecraft zusammen mit David, Ricardo und Tim und David hat gerade also ich habe jetzt nicht lange gemacht zwischen der letzten Folge dieser und David hat gerade ein Unzuckerheitsbuch bekommen, wie nice. Alles klar warte, möchtest du das kurz geben oder nicht? Weil ich würde dann... Leute, wie kann das sein? Ich habe Wasserläufer und Band 4 auf einem Buch. Ja, du musst dich halt entscheiden. Doch, doch, nein, du kannst nur eins davon nehmen. Es gibt ja auch Rüstungen, die irgendwie Schutz 3 und Schärfe 10 haben, die kannst du halt benutzen oder halt anziehen. Ups, ich wollte gerade eine Schere fassen. Julia, du bist gerade bei Skype online, wo du mir gerade besagt. Ja, weil mein Internet ist gerade anscheinend ein bisschen abspakt. Hör ich mich normal auch noch auf TS? Ähm. Oh, gleich 30 Level. Bei TS freuen wir auch, äh, bei, äh, ja was? Das geht gar nicht. Wie, das geht nicht. Gib, gib auch uns her. Ähm, Tim, möchtest du mich jetzt nicht töten? Ich habe 30 Level. Hey. Nicht gerade. Oh, was sind hier für Deals, hä? Was? Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Was? Das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Das muss gehen. Es ging doch mal, es ging doch mal. Ja, vielleicht geht es jetzt nicht mehr. Niemand ist bei der Farm. Ich möchte ganz kurz was ausprobieren. Ich gehe ganz kurz in den Game Mode und will wissen, ob es dann geht. Äh, mach aber nichts. Es würde funktionieren. Was? Nur Schutz 3, Alter. Es würde funktionieren. Ja, auf Game Mode. Äh, Leute, werde ich ganz kurz probieren. Ich gebe dir kurz das Behutsamkeitsbuch zurück. Äh, äh, wunderbar, ja. Pfff, okay. Leute, äh, und zwar werde ich jetzt eh kurz einen Cut machen und dann werden wir speeden und bis dahin werde ich mal ganz kurz was nachschauen und, äh, wir sehen uns gleich wieder. Speed. Oh, Speed müsste jetzt sein. Ey, die Endermanns sind mir gerade ausgewischt. Ja, es ist richtige Trickster geworden, die gewöhnen sich hier dran. Obwohl die gerade erst gesporned sind. Die wissen jetzt schon so viel. Ja, das ist, äh, steckt in den Gen, weißt du. Nee, ich schwöre, wahrscheinlich ist da oben jetzt so ein richtig, da oben ist jetzt so ein richtig alter Endermann-Sack, der da so steht in allen Leuten, wenn ihr da runterfällt. Das habe ich alles. Das habe ich alles schon erlebt. Ich weiß, was der sagt. It's dangerous to go. Port this to go alone when the port is weg. Und ein bisschen verkackt, das Zitat von Zelda. Egal. Was? Ich habe gerade was von Zelda zitiert, aber egal. Ich weiß. Ich bin klar. Achso. Ja, weil du noch nie... Ja, ich weiß, aber ich kenne das Zitat trotzdem. Okay. Deswegen habe ich auch statt take this, port this gesagt. Achso, das habe ich nicht gehört, wegen der Endermann. Sorry. Die Endermann haben zu viel geschrieben. Ich weiß nicht, was ich mache. 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 Aber ich kann gerne trotzdem noch was mitbringen. Und bringen Dias mit. Okay. Ein Stack oder mehr? Ja, ein halbes Stack. Okay, dann halten wir ein halbes Stack. Ja, falls Ricardo runterfällt. Ja gut, das stimmt. Alles klar, ich hab jetzt grad zwei Snacks. Komm, machen wir drei. Noch ein bisschen Holz? Tun wir noch ein bisschen was oben drauf. Wir haben ein bisschen mehr. Nur ein bisschen Pack-Eis. Ein bisschen Pack-Eis. Das ist ein Lager hier hin. Das ist richtig cool. Ja, da ein bisschen Kies. Da ein bisschen Pack-Eis. Ja, warum nicht? Ja, was ist das? Dann go, dir das ist. von gerade irgendwas. Aber dann schon auch oder her. Aber dann werden wir für mich jetzt. Ja, wo einfachσει? Was hast du gesagt? Was? 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 Ich hab den Zimtel aufmucken. Ja, willst du aufmucken? Was? Was? Ja, ja, ich hab welche. Welche haben? Was? Die kommen nur zu mir. Ich bin gleich da. Ich steh hinter dir. Ist das ne Drohung? Ich bin gleich da! Hallo! Ich brauch Bücher! Ich bin gerade im Flow. Ich will meine Bücher zurück. Kriegst du die? Das sind nicht mehr deine. Doch. Ich bin grad echt damit überlegen, ob ich das ganze hier speeden oder nicht, weil eigentlich ist das ganz cool. Find ich. Also speeden wär auch lustig. Ja, speeden wär auch lustig, aber ich find das, was wir grad hier so rumtalken, gar nicht so schlimm. Und ich hab nen Enderman angeguckt. Ja, lustig. Ich glaub die letzte Aufnahme mit speed, die war irgendwie ein bisschen zu schnell. Da kann man gar nix mitkommen was sehen, weißt du? Was meinst du damit da wird? Ja. Ja. Ja, aber ansonsten nicht, das wär echt. Boah. Ich bin wieder da. Das konnte ich nicht viel anders machen. Erstens ist es dann besser auf die Folgenden gekommen und zweitens irgendwie, keine Ahnung. Also. Julian, wo bist du? Äh. Oh. Warte, ich werd wieder runtergeschieben, weil du wachstest du mit dem Kissen. Achso. Ich pack Eis mit Kinomas! Ich pack Eis. Haha. Nur einen, keine Sorge. Dann haben wir hier ein bisschen Teppich. Ich hab nicht mehr genug Teppich. Ich hab nicht mehr genug Teppich. Um das schöner zu machen. Hahaha. Das ist so Eis passiert. Hier Ricardo deine Sachen. Und noch ein bisschen hellgrau. Ich überlege einfach gleich. Also jetzt, äh. Äh. Hier in dieses zweite End zu gehen und Schalkerboxen zu farmen. Ich auch. Würde ihr nochmal machen? Lass mal machen. Aber vorher würd ich. Ähm. Du müsstest noch ne Hose von mir haben. Äh. Ne. Ich hab's nicht. In der Theorie könnt ihr mal die Schalkerboxen, die ich euch vorgestreckt hab, zurückgeben. Also. Nur theoretisch. Was? Was sieht voll cool aus. Was sieht voll cool aus. Ich dachte, das wär ein Geschenk. Weiß ich noch nicht. Weil ich das für ein Lapis. Ich hab gestreckt aber. Ey guck mal, was ich hier oben gerade gebaut hab. Das sieht voll cool aus. David. David. Oh warte, ich kann mich halt mit einer Enderpelle hinwerfen. Oh. 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 Ich dachte, ich wär gerade durch die Welt gefallen. Oh. Ganz gut. Kommt doch nicht an. Du stülpst ja nicht. Ne. Nein. Ich dachte gerade, ich wär hier durch die Slaps unten durchgebackt. Nach ganz unten. Das dachte ich gerade. Das wär mies. Das wär so mies. Du gehst auch voll, Alter. Ich hab einfach mal drei Schalkerboxen vollgemacht. Oh, machst du drei? Red. Ich hab sie eben vorgestreckt. So. Ja. Okay. So. Ne, nicht durch. Ich anschaue jetzt nochmal zwei Bücher. Oh. Ja, David. Das gleiche Gefühl hatte ich auch. Das ist so richtig so. Moment. 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 Wo pack ich gerade durch? Was ist da gerade? Nein. Ich hatte jemanden. Oh nein. Ich weiß nicht. Ich hatte jemanden. Hallo. Sie haben sich gerade einen Platz baut. Ich hatte jemanden. Ich hatte jemanden. Ich hatte jemanden. Nein. Wanderen. Man. Geht ihr nehmt. Und wo das auch mal schießt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020